Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Call of Cthulhu im Let's Play von Cautex Dream. Ich bin Cautex und heute mit Facecam das HP Lovecraft Abenteuer. Ja, was kann man zu Lovecraft sagen? Lovecraft ist sehr schön. Ja, ist angenehmer, finde ich auch. Lovecraft ist ein alter Schriftsteller, der ist jetzt, lasst mich raten, 100 Jahre tot, knapp, und der hat viele Geschichten geschrieben, gibt viele Dokumente über ihn, Briefe, die er mit Freunden hergeschrieben hat, und der hat unter anderem diese Kurzgeschichte geschrieben, mit dem Ruf des Cthulhu, und darum geht's hier. Du wundernst hier, wie ein wütiger Hund. Wir sehen uns, dass du mit den zwei Sox gesprochen hast. Geh, die viele von dir sterben. Es wird weniger schmerzen. Ich muss mich rein in. Es ist dein Chef, der mich hat. Oh, ja? Und warum hat sie nichts zu uns gesagt? sie send me to see who's filching her stock I don't know what you're talking about you got no proof to back up your claims and I'd advise you again snitching okay this is onyx what's with you wandering around here like a hungry dog we saw you talking to the two soaks go die a thirst a lot of you it'll stink less I've got to enter the Hawkins warehouse I guess it's gonna be complicated no it's very simple in fact fuck off I don't give a damn about your racket I just want to get into this warehouse and we don't give a damn about you whatever your reason for wanting inside there's nothing we can do for you I went to see the statue of st. Brendan what makes you think we did it we're bootleggers not savages who do you think defaced the statue what do I know they could have done it by themselves the sailors who else in your opinion and who's interested cat she's your boss what you listen through keyholes she's the boss yeah she says who goes in or not shut up you dummy you wanted to know that you also talk too much she must be quite intimidating if she can make two men like you tremble she read did the smile at the last one who wanted to get in I hope he had a good dentist no no you don't understand she really can a new smile but he only smiles with a left cheek okay 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 so I can't wait to see that we can make it more so right right and she doesn't like to be talked about behind her back so who are you are you stupid are you doing it on purpose everybody knows us on dark water I've just arrived let's just say we're standing god for the only time the site and we let no one enter her property what are you guarding exactly listen bonehead we already told you that we're guarding our bosses turf die verraten immer mehr ganz schön trottel na gut da kommen wir nicht weiter ist die frage ob es sowas bringt wenn wir nicht mehr treten ich kann nicht mehr mit uns reden ich muss noch einen anderen Weg suchen hm du wieder? ich hab dir gesagt, ich hab dir das verraten keine necessität, um zu arbeiten zu werden okay, der will gar nicht mehr mit uns reden ja, dann bleibt uns nicht mehr sehr viel über euch das sehne hm boah, die sind ja alle sehr hilfsbereit hier hm na, vielleicht muss doch nochmal hier rein Ich versuche, weim mit der cat zu reden, ne? Warum nicht? versuchen wir's einfach mal okay das bringt alles nichts Hmm, nightmares. Can hear things and voices whispering. We'll follow its reader and... What can I get you? What do you know about the Hawkins Warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there were rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams. That sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Okay, also schreie. Nein, ich will keinen Trick bestellen. Na, über Darkwater rauskommen. I read the article on the miraculous catch. Interesting local folklore. Don't get it into your head to repeat that, Brown Deer. It's more than folklore. On that day, the crew of the Scylla caught an exceptional catch. The biggest whale ever caught. And they saved Darkwater from famine. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then I don't want to speak ill of the dead. I've got what I need. Anything else? So, also Liquid meint, ich soll was trinken und weil das ja die Cat wollte. Aber ich bezweifle stark, dass irgendwas innen wird. Der Typ hat Alkoholprobleme. Ich weiß nicht, ob du was trinken solltest. Das ist bestimmt keine gute Idee. Oh okay. Ihr könntest nicht sagen unsichere 이제 fokus auf eine Brωke. Passt das. Kuchen. L jumboront truthfrau. Das war ja das hast du also. Denen wir die해주otte. Und damit trinken wir noch ein. Auf einem Bein kann man nicht stehen, sagt der Deutsche. Ich habe gesagt, dass du es schiefst. Das wird alles für heute. Ich sagte, dass du es schiefst. Nein. Du möchtest unsere Song? Wir sind wahr, Sirens. Wir sind nicht die Proz, aber wir geben es alles, was wir haben. Das ist wahr. Es ist ein Reminderer der Zeit, als wir noch für Whales auf Darkwater Island waren. Ich habe gehört, die Haukens-Familie hat eine Warehouse auf den Docken. Eine alte Familie von Schiffen. Tell mir etwas, was ich nicht schon wissen. Sie wurden viel richerer gemacht von dem mirakulösen Katch. Du solltest nicht darüber sprechen, wie das. Wir sprechen nicht krass. Wir sagen nur, dass Daniel Hawkins eine Fortune gemacht hat, ohne keinen Risiko zu nehmen. Da! Du sprach krass, du siehst! Es ist deine Proz, dass das mirakulöse Katch wirklich passiert. Okay, also der große Pfann war schon was Besonderes mit Schätzen und Fleisch und etc. Auf jeden Fall ging es denen dann hier sehr gut. So, vielleicht doch nochmal mit dem Kapitän hier reden. Vielleicht hat er nochmal eine Idee, was wir hier machen können. Sie sind wieder zurück. Sie sind wieder zurück. Was kann ich für dich tun? Apparently, die Bootleggers nicht wollen jemanden über die Warehouses. Sie sind ein Teil der Privatsphäre, die ich vorhin schon erwähnt. Und jetzt, der Ort sieht abandert. Warum schauzen die Entrance? Als eine precaution, ich glaube. All die Warehouses sind mehr oder weniger bei alten Sewers. Du meinst, dass es ein Weg gibt, von einem an den anderen durch den Tunnel zu gehen? Ich könnte dir nicht sagen, ob es heute noch der Fall ist für alle die Warehouses auf der Isle. Aber ich denke, ich kann mir vorstellen, was du in der Meinung hast. Du kannst sie immer besuchen, wenn du nicht der klaustrophobische Typ bist. Du bist wieder zurück. Was kann ich für dich tun? Ich werde auf meinem Weg sein. Also komm zurück und sieh mich, wenn du etwas Neues hast. Na gut. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Aber ich sag, uns fehlt da nur Kurbel. Wo kriegen wir eine Kurbel her? Vielleicht müssen wir nochmal aufs Schiff gehen? Entschuldigung. Ich geh jetzt nochmal dahin und guck mal. Aber so wie ich das verstanden habe, geht das nicht. Das ging's nicht. Hm. Hier leuchtet irgendein Geheimnis auf. Aber... was ist das? Krass, wir können das so ein bisschen zur Seite lehnen. Was haben wir hier? Aha. Ich fand es nicht. Die haben die blöde Kurbel gefunden. Na dann, kurbeln wir mal. Hä? Hä? Warum können wir jetzt nicht kurbeln? Hä? Was fehlt denn jetzt noch? Hä? Das Spiel hilft einem auch Null, ne? Was fehlt denn jetzt schon wieder noch? Irgendwas fehlt hier noch. Das Fragezeichen wird hier noch angezeigt. Irgendwas haben wir hier noch übersehen. Hm. Fragen wir uns was? Was könnten wir noch übersehen haben? Guck, da reicht etwas. Was ist das? Ah, ne Art. Ah, eine Sperrklinke. Na klar. Wusste ich doch, dass man unbedingt zwei Tage dafür braucht. Macht Sinn. Aber woher soll ich das wissen? Wunderbar. Und jetzt können wir immer noch nicht probieren oder was? Da fehlt immer noch was. Was fehlt denn jetzt noch? Was könnte jetzt noch fehlen? Aha, was ist das? A whale vertebrae. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Okay. Ah, das Licht. Hat uns ein Zahn abgeschert. Ja, jetzt haben wir ein Häkchen. Jetzt haben wir das Rätsel aus diesem Raum gelöst. Ich verstehe das Prinzip jetzt. Okay. Cool rein. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Damn, I broke it. Du Trottel. Du Trottel. Und jetzt? Der Typ macht mich fertig. Der Typ macht mich fertig. Okay, sie sind nicht begeistert davon. Oh! Alter, die Frau ist hart drauf. So wird das hier nix, so kommen wir hier nicht vorwärts. Was können wir denn? Was machen wir jetzt? So, die Trommel ist kaputt, jetzt müssen wir doch nur... ... jetzt nicht durch. Was machen wir jetzt? Das ist die Frage, können wir da wieder hin? Schauen wir mal, ob die da jetzt Wache halten. Gut, aber hier war ja nix mehr, ne? Das Härtchen wird weiterhin angezeigt. Das Auto ist auch immer noch hier. Tja, blöd. Blöd, 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 blöd. Dann... Schauen wir mal, gehen wir mal wieder da rein. Sie sitzt wieder da, okay. Reden sie einfach nochmal an. ... 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 Follow me. Na gut, irgendwann kommen wir jetzt rein. Bin mal gespannt, was für einen Gefallen wir ihr dann noch leisten müssen. Das wird bestimmt was unschönes. Es ist gut, er ist mit mir. Oh, okay. Be a gentleman and move that for me. That's how it's done. Do I still need to hold your hand or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case I'll leave you. I've done enough mothering for now. This place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Oh, a new tool. Oh. Can't sleep. I know how that feels. The petite Parisian. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Is this one of Sarah Hawkins paintings? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Who has enough money to buy painkillers but stays in a place like it smells as bad as it looks? Oh yeah. Tja. Ich glaub wir haben uns alles angesehen. Und jetzt? Was? Oder fehlt noch irgendwas? Oder fehlt noch irgendwas? Oder fehlt noch irgendwas? Das Lagerhahn ist. Ich glaub ansonsten. Oder alles? Was? Wie kommen wir jetzt da wieder raus? Achso. Hä? Okay. Das war jetzt komisch. Hinweise. Lagerhaus von Hawkins. Obwohl das Lagerhaus seit dem Tod von Charles Hawkins offiziell herstellt, hat hier vor kurzem ein heimlicher Bewohnergehaus. Es gibt gewisse Anzeichen dafür. Auch blutbefleckte Verbände wahrscheinlich von einer Verletzung und Tabletten sind zu finden gewesen. Schmerzmittel und Schlaftabletten. Außerdem scheint der Bewohner von Sarah Hawkins besessen zu sein. Finäre Dokumente belegen. Mit dem Leben der Künstlerin in Verbindung stehen Foto, Zeitungseinschnitt. Officer Bradley entdeckte außerdem ein teilweise verbranntes Gemälde aus der Villa der Hawkins, womit zweitens Fall feststeht, der Inhalt des Lagerhauses ist mit dem Fall Hawkins verknüpft. Okay. Schön. Ähm... Aber... Gut. Was machen wir jetzt mit der Info? Geh-Jak? Auch wenn jemand bei der Hawke. Angehakt hat diesen Gesagdaten. Und wer es ist, hat etwas an mir über den Hawkens' Fall. Gsss. Gsss. Gss. Gsss. 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 Das war in der Hawkins-Mansion, als wir die Feuer haben. So you confirmed that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You wanna go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car is parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Open your eyes, dammit. This guy went right under your nose. God damn it. Yeah, the Forsh has caught me. Yeah, that's a plan to look at the people so... This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley. You've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on. Keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed. But we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you. At the top of the ridge. You see the building? Oh, schon ein Stück. That's the Hawkins mansion. Come on, we've got some driving to do. Das ist schon ein Stückchen. So, neue Trophäe erhalten. Na toll, jetzt kann ich den Text nicht mehr lesen. Ah, ah, ah. Also es ist egal, wo ich das Ding drin habe. Aber gut, wir wissen ja, worum es geht. So, an der Stelle würde ich auch noch, äh, würde ich die Folge wieder beenden. Schön, dass ihr dabei wart. Wie immer. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Wir waren jetzt im Lagerhaus. Und jetzt geht's zum Anwesen der Hawkins. Gruselig war es jetzt nicht. Aber der Fall spitzt sich zu. Und ich bin gespannt, was weiter wird. Ich hoffe ihr auch. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.